Wer von euch kennt es nicht? Man macht ein geiles Video, lädt es auf YouTube hoch und es versinkt in den Weiten der Unauffindbarkeit. Sucht mal nach gleichen oder ähnlichen Videos, sind diese in der Suche direkt auf Platz 1 und dabei hat der Kanal des Video-Inhabers nicht mal 100 Abonnenten. Wie geht das und was kann man machen, damit die eigenen Videos auch viel höher ranken und vielleicht sogar auf Platz 1 landen? Eins muss euch zu Beginn an gleich klar sein. YouTube hat sich über die vergangenen Jahre hinweg unglaublich weiterentwickelt und sammelt tausende an verschiedenen Datenpunkten von jedem Benutzer, der die Plattform betritt, um daran auszumachen, welche Videos für diesen Benutzer vielleicht interessant sein könnten oder welche Videos vielleicht mehr promotet werden von YouTube. Alle reden immer vom YouTube-Algorithmus und jedes Jahr gibt es neue Videos, dass sich dieser YouTube-Algorithmus ändert. Ja, sicherlich wird sich die Technik dahinter ändern, wie etwas vorgeschlagen wird, das Ganze wird verbessert, aber den YouTube-Algorithmus, den man knacken kann, das gibt es nicht. Es gibt aber viele Wege, um mit dem YouTube-Algorithmus zusammenzuarbeiten und das für seine eigenen Vorteile zu nutzen. Ich werde euch in diesem Video nun einmal zeigen, wie ich selber dafür in den vergangenen Jahren und auch immer noch sorge, dass meine Videos bei YouTube sehr hoch ranken. Wünscht euch gerne ein eigenes Logo oder ein gesamtes Overlay-Paket, was kein anderer Streamer nutzt und nur für euch angefertigt wird? Dann solltet ihr euch auf jeden Fall mal Fiverr anschauen. Bei Fiverr handelt es sich um einen Online-Marktplatz, auf dem ihr unter anderem sehr viele Designer findet, die euch eure Wünsche in Form von Overlays, Logos, Emotes und vielem mehr erfüllen können. Einfach in der Suche nach Twitch-Overlay oder eurem Wunsch suchen und schon bekommt ihr eine Vielzahl an unterschiedlichen Angeboten. Und habt ihr erst etwas gefunden, was euch gefällt? Könnt ihr euch das ganz genau im Detail anschauen. Wenn ich euer Interesse geweckt habe, so klickt doch gerne auf den Link in der Videobeschreibung oder geht auf nilsson1289.tv slash Fiverr. Bevor ich selbst überhaupt anfange, ein YouTube-Video aufzunehmen bzw. ein Skript dafür zu schreiben, Ideen zu sammeln, gehe ich erstmal auf YouTube selber. Und das ist eigentlich so simpel, wie es auch zu sein scheint, denn ich benutze die Suche bei YouTube, um mir Themen vorschlagen zu lassen. Habt ihr also eine gewisse Blickrichtung oder eine gewisse Idee, für die ihr ein Video bringen wollt, solltet ihr zunächst erstmal anfangen, die Autovervollständigung der Suche zu nutzen. Um das Ganze mal ein bisschen abstrakter zu betrachten, gehen wir mal davon aus, wir wollen ein Video dazu machen, wie man zum Beispiel einen Schnitzel paniert. Also gehe ich in die Autovervollständigung und gebe einfach mal ein, was würde denn... Ah, Schnitzel panieren. Was würde denn jemand eingeben, der danach sucht? Und hier werden gleich schon Dinge vorgeschlagen, die Benutzer regelmäßig suchen auf der Plattform. Und das ist ganz wichtig, dass man diese Information nutzt. Wenn man nur Schnitzel eingibt, dann weiß man, dass viele Leute auch nach Schnitzel panieren, selber machen, Schnitzel weiter, Schnitzel auf Bett. Okay. Okay. Suchen. Und das könnt ihr für euch nutzen. Gehen wir zum Beispiel mal in Schnitzel panieren. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel, was YouTube uns dann vorschlägt. Und wir sehen auch, dass zum Beispiel auf den ersten Plätzen Thumbnails genutzt werden, auf denen wirklich einfach nur ein Schnitzel zu sehen ist. Sieht ganz gut aus. Man sieht aber auch, dass das Video zum Beispiel schon acht Jahre alt ist. Man sieht, wie viele Aufrufe so ein Video hat. Und man kann sich jetzt diese Liste einmal anschauen. Natürlich muss man jetzt überlegen, ist Schnitzel panieren für mich das Hauptsuchwort, was ich nutzen möchte für mein Video? Hier sind natürlich jetzt Videos mit schon sehr vielen Klicks, aber sie sind alt. Und das ist das Gute. YouTube bewertet neue Videos natürlich nochmal ein bisschen besser. Das heißt, man hat hier auf jeden Fall die Möglichkeit, schon relativ schnell weit nach oben zu kommen. Was haben denn die Videos ganz am Anfang so gemeinsam? Wenn wir uns das mal anschauen, Schnitzel richtig panieren und anbraten. Kochrezept, Schnitzel panieren und in der Pfanne braten. Also Schnitzel panieren, die Suchanfrage wird gleichzeitig auch im Titel verwendet. Und das ist ganz wichtig, dass ihr mehrere Suchen absetzt und schaut, wo ist für euch eine Nische, wo ihr die Möglichkeit seht, gut zu ranken. Und das ist dann euer Hauptkeyword. Und mit diesem Hauptkeyword werden wir gleich weitermachen und werden alles darauf aufbauen. Okay, ihr habt also euer Hauptkeyword und ihr habt auch das Video dafür gemacht. Ihr habt das Video nun hochgeladen. Bitte achtet darauf, dass ihr es immer privat hochladet, damit ihr erstmal alles bearbeiten könnt, bevor es dann irgendwann online geht. Auch ganz wichtig, ihr seid nun in den Videodetails bei YouTube und müsst das Ganze bearbeiten. Was macht ihr also und wie geht ihr da vor? Dabei nutze ich zum Beispiel persönlich immer einen Drei-Punkte-Plan. Das heißt, als allererstes achte ich darauf, dass meine Videodatei genauso heißt wie das Hauptkeyword, wenn ich das Ganze hochlade. Das heißt, hier in diesem Fall habe ich das zum Beispiel schnitzelpanieren.mp4 genannt. Das kriegt YouTube auch mit. Ist eine Angewohnheit, ob das mittlerweile noch so vom Algorithmus eingelesen wird, ist eine andere Frage. Aber schaden tut es ja nicht, wenn ihr das Video genauso nennt wie nachher euer Hauptkeyword. Und ich fange beim Titel an. Der Titel ist mit das Wichtigste. Und natürlich könnte ich jetzt hier einfach nur schnitzelpanieren reinschreiben, aber das wäre, glaube ich, dann eher nicht so förderlich. Was mache ich also? Ich baue mir einen Titel rund um das Hauptkeyword. Und dabei versuche ich natürlich auch ein wenig auf das Ganze einzugehen, was den Benutzer bzw. den Interessenten interessieren könnte. Aus Schnitzelpanieren könnte man dann zum Beispiel, wie richtig Schnitzelpanieren funktioniert machen. Oder aber einfach Schnitzelpanieren lernen. Also ihr merkt selber, ihr schmückt euer Hauptkeyword im Titel ein wenig aus und nutzt dabei auch Schlagwörter, wie zum Beispiel so oder wie oder einfach. Und das könnt ihr dann zusammen zu einem Videotitel machen. Hier achtet aber auch bitte wieder darauf, dass der Videotitel nicht zu lang wird. Nutzt ihr die vollen 100 Zeichen, habt ihr einen extrem langen Videotitel, der vielleicht nicht auf allen Endgeräten komplett angezeigt wird. Wenn ein Benutzer also über die Suchliste geht und nach einem Video sucht und sieht nur einen halben Titel und bekommt damit halt nicht die ganzen Informationen, die ihr vielleicht über den Titel an den Benutzer geben wollt, dann kann das dazu führen, dass er nicht draufklickt. Als nächstes geht es dann in die Beschreibung. Und in der Beschreibung solltet ihr in den ersten ein bis zwei Sätzen. Das ist das Wichtigste. Das liest YouTube als erstes, sollte euer Hauptkeyword auch wieder mit auftauchen. Das heißt, hier könntet ihr jetzt einfach sowas nehmen wie, in diesem Video zeige ich euch, wie man einfach Schnitzel panieren lernen kann. Danach paniert ihr euer Schnitzel ganz einfach selbst. Bam. Fertig. Schon habe ich Schnitzel mehrfach benutzt. Ich habe einfach mehrfach benutzt. Ich habe Panieren benutzt. Super. Was fehlt jetzt noch? Hashtags. Hashtags sind auch unglaublich wichtig und dabei solltet ihr immer drei Hashtags nutzen. Nicht eins, nicht fünf, sondern drei. Und ich setze diese zum Beispiel immer direkt hinter meinen ersten ein bis zwei Sätzen. Das heißt, was würde ich hier zum Beispiel für Hashtags nehmen? Schnitzel, Panieren und vielleicht Lernen. Fertig. Bei den Hashtags ist natürlich auch wichtig, dass ihr da nicht immer die gleichen Hashtags verwendet. Also achtet drauf, wirklich die Hashtags passend zu dem Content des Videos zu setzen, beziehungsweise zum Hauptkeyword und der Beschreibung. Und nun kommen wir, glaube ich, zu dem Thema, worüber sich ganz viele Leute streiten, nämlich den Tags. Und die Tags sind natürlich auch noch wichtig, damit ihr YouTube überhaupt sagen könnt, wo es das Video einzuordnen hat. Das heißt, wenn ihr in den Tags nun anfangt und die Tags setzt, das findet man hier ganz unten, dann würde ich euch empfehlen, das mache ich immer so, dass ich erstmal den gesamten Titel als ersten Tag setze. Das wäre dann zum Beispiel einfach Schnitzel, Panieren, Lernen. Was mache ich als nächstes? Als nächstes versuche ich, mich an meinem Hauptkeyword entlangzuhangeln. Das heißt, ich baue Variationen von meinem Hauptkeyword inklusive gesamten Titel. Wichtig ist hier, dass man nicht irgendwelche Tags nimmt, die vielleicht geil sein können, weil in den Tags ganz viele Suchanfragen kommen. Das bringt euch nichts, weil YouTube nachher nicht mehr weiß, wie es das Video einzuordnen hat. Bedeutet, wenn ich jetzt hier reinschreiben würde, Monte, ja cool, Monte suchen vielleicht viel auf YouTube, aber mein Video hat ja absolut nichts mit Monte zu tun, sondern ich möchte bei meinem Hauptkeyword bleiben. Und das ist wichtig, damit das Ganze nachher mit dem Ranken auch ordentlich funktioniert. Was machen wir nun als nächstes? Also einfach Schnitzel panieren lernen, dann könnte man als nächstes nehmen Schnitzel panieren lernen, einfach Schnitzel panieren, Schnitzel panieren, panieren lernen. Man könnte dann theoretisch noch so eine Ausreißer nehmen, wie paniert man ein Schnitzel, wie Schnitzel panieren. Und da könnte man natürlich unendlich weitermachen, aber eine wichtige Sache gibt es hier auch. Maximal 15 Tags sollte man setzen. Besser jedoch, weil YouTube natürlich bei 15 Tags schon anfangen kann, wo soll ich das Video einordnen? Irgendwo zwischen 8 und 10 Tags. Das ist eigentlich optimal. Ihr solltet auch nicht nur 2 oder 3 Tags setzen, weil dann hilft euch das Ganze nicht. Zwischen 8 und 10 Tags. Das ist die optimale Tag-Anzahl für das Video. Was ich dann zum Beispiel immer mache, und das habe ich mir angewohnt, ist, das letzte Tag, was ich setze, ist mein Kanalname. In meinem Fall also Nilsson1489. Würde jetzt mit Schnitzel nicht so passen. Aber den setze ich auch immer noch als Tag. Hat natürlich den Zusatz, dass mein Video auch nochmal in der Kategorie mit eingeblendet wird zu Nilsson1489. Denn viele suchen natürlich auch so nach meinem Kanal und nicht nur nach bestimmten Themen. Das kann man noch zusätzlich nehmen. Würde ich auch erst machen, wenn der Kanal ein bisschen größer ist und wirklich auch Zuschauer nach dem Kanal suchen und nicht nach bestimmten Themen. Damit seid ihr eigentlich mit der Bearbeitung in den Videodetails fertig. Was jetzt noch fehlt, ist ein Thumbnail. Und Thumbnail ist nochmal ein Thema für sich. Das würde ich jetzt nochmal grob anschnitzen. Ein Thumbnail sollte natürlich immer herausstechen. Das heißt, es sollte sich von anderen Thumbnails in genau dieser Nische, in der ihr euch bewegt, wo diese Suchanfragen stattfinden, abheben. Und je nachdem, mit welchem Thema ihr unterwegs seid, seht ihr zum Beispiel, dass Thumbnails sehr unterschiedlich sein können. Wir haben hier zum Beispiel beim Thema Schnitzel und dem Essen Thumbnails, die das Essen köstlich präsentieren. Das kann natürlich viel mehr Aufmerksamkeit erregen, als wenn ihr ein Thumbnail nehmt aus einer Kategorie wie zum Beispiel Twitch-Stream anfangen. Denn wenn ich jetzt hier zum Beispiel wie ein Thumbnail von mir, oh ich bin hier by the way auch auf Platz 1, wenn ich hier natürlich jetzt so einen Thumbnail-Stil wählen würde für Schnitzel panieren und dann hier noch so einen fetten Text und mich mit drauf, der so eine Pose macht und darüber das Schnitzel, ne, passt nicht zu der Nische. Das heißt, wenn ihr anfangt, euer Thumbnail zu bauen, achtet da drauf, dass ihr erstmal in eurer Nische schaut, wie sind so die Stile der Thumbnails. Und dann denkt ihr euch ein Thumbnail aus, was sich anhand dieser Nische orientiert, aber dennoch abhebt. Was ihr auf jeden Fall vermeiden solltet, ist zu viel Text drauf zu ballern. Das ist halt einfach, jemand guckt ganz schnell auf Thumbnail und wenn dann da erstmal zwei Seiten Text stehen, kritisch. Was ihr auch auf jeden Fall vermeiden solltet, ist, dass zu viele Umgebungsobjekte mit drauf sind. Wenn ihr dann so ein Thumbnail habt und ich würde jetzt hier zum Beispiel auf meinem Thumbnail noch irgendwie 20 verschiedene Equipment-Sachen mit drauf packen und noch ein Mikrofon und oben kommt noch eine Webcam raus, das ist auch nicht so gut. Denn eins kann ich euch sagen, YouTube analysiert auch euer Thumbnail und kann anhand des Thumbnails sagen, welche Objekte auf dem Thumbnail sind, welche Emotionen eine Person auf dem Thumbnail zeigt. Und je nachdem, wie das Ganze dann ausschaut, kann YouTube euer Thumbnail kategorisieren und sagen, oh, darauf ist zum Beispiel ein Schnitzel zu sehen, also muss ich das auf jeden Fall auch in die Schnitzel-Kategorie packen. Deshalb schaut da auf jeden Fall, dass ihr das Thumbnail einfach haltet, wenig Text, wenn überhaupt und euch an eurer Nische orientiert. Gut, das war natürlich jetzt ziemlich viel Input und wir haben eigentlich auch erstmal nur an der Schale gekratzt. Man kann das Ganze natürlich noch weiterführen. Was mir wichtig war, euch in diesem Video einmal etwas an die Hand zu geben, was ihr eins zu eins nachbauen und nachvollziehen könnt, damit ihr erstmal anfangen könnt, in das Ranking-Geschehen einzusteigen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und konnte euch helfen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, in den nächsten Videos gehen wir auf die einzelnen Unterthemen nochmal spezifischer ein. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao!